Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute mal ein ganz besonderes Video, denn ich bin in den letzten Tagen immer mal wieder in Lightroom zurückgegangen in die letzten Jahre und habe da einfach mal so mir alte Bilder angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich echt viele Fotos habe, die ich damals so direkt nach dem Shooting gar nicht bearbeitet habe, die jetzt aber so im Nachhinein echt cool aussehen. Und dann bin ich immer so weiter zurückgegangen und habe immer mehr Bilder gefunden, immer mehr Fotos, die ich tatsächlich damals nicht bearbeitet habe, die ich jetzt aber richtig cool finde und jetzt einfach im Nachhinein nochmal bearbeite. Und darum soll es heute gehen, denn in diesem Video möchte ich dich so ein bisschen dazu inspirieren, auch mal selber zurückzugehen in deinen Lightroom-Katalog und einfach mal zu gucken, was du so früher für Bilder gemacht hast. Meistens sagt man ja so, ja die alten Bilder, damals habe ich noch nicht so gut fotografiert und das bringt ja gar nichts und ich will ja nur aktuelle Bilder bearbeiten, aber davon möchte ich mal dich so ein bisschen abbringen, denn auch viele alte Bilder können im Endeffekt richtig gut aussehen, wenn man vielleicht auch mit der aktuellen Kenntnis der Bildbearbeitung da rangeht. Man kann also viel auch im Nachhinein noch machen und darum soll es heute mal gehen. Ich werde gemeinsam mit dir zusammen ein so ein Bild, was ich gefunden habe von 2016 gemeinsam bearbeiten und hoffe, dass ich dich inspirieren kann, auch solche alten Fotos nochmal rauszusuchen und zu bearbeiten. Viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe Lightroom jetzt mal geöffnet und habe hier tatsächlich ein paar sehr schöne Schätze gefunden in meinem Katalog. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in einem Ordner drin von meiner Fotoreise nach Dubai aus dem Jahr 2016 und das kann ich dir wirklich nur empfehlen und das soll eigentlich auch die Kernaussage in diesem Video sein. Schau mal in deinem Lightroom-Katalog nach, was du so die letzten Jahre fotografiert hast und oftmals findet man noch schöne Fotos, die man vielleicht damals in der ersten Durchsicht und in der ersten Bearbeitung gar nicht so wahrgenommen hat und wenn man jetzt ein paar Jahre später nochmal reinschaut, dann denkt man sich vielleicht so bei dem einen oder anderen Foto, man, eigentlich ist das doch echt cool geworden, warum habe ich das damals nicht bearbeitet bzw. veröffentlicht? Und genau so geht es mir jetzt hier auch. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Bilder gefunden, also das jetzt hier zum Beispiel aus Abu Dhabi oder auch solche Bilder hier aus Dubai, die ich tatsächlich nie bearbeitet habe, geschweige denn veröffentlicht habe und das möchte ich jetzt hier mal so ein bisschen nachholen und ich möchte dir in diesem Video einfach so ein bisschen die Inspiration geben, das selber mal zu tun und ich möchte dir jetzt auch mal anhand dieses Bildes zeigen, mal so eine komplette Bearbeitung in Lightroom mal wieder zu machen. Habe ich lange nicht gemacht und deswegen werden wir das heute mal wieder hier machen. Ich werde jetzt dieses Bild also komplett bearbeiten, ich habe es vorher noch nicht bearbeitet, bedeutet, dass wir jetzt natürlich auch hier die komplette Bearbeitung sehen und auch meine Gedankengänge dazu. Bedeutet, vielleicht gehe ich auch mal in manchen Bearbeitungsschritten wieder einen Schritt zurück oder einen Schritt vor, je nachdem. Also das ist jetzt hier wirklich quasi raw und ungeschnitten. Ich finde dieses Bild jetzt im Nachhinein echt richtig cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich es damals nicht bearbeitet habe, aber wenn ich jetzt mit der Bearbeitung anfangen würde, wäre für mich der erste Schritt auf jeden Fall die stürzenden Linien hier zu entfernen. Das ist so das Erste, was mir auffällt. Ist halt weitwinklig fotografiert worden, 24 Millimeter, mit einer Blende 8, ISO 100, einer 640. Sekunde. Ich weiß noch, dass es sehr, sehr warm war an diesem Tag. Ich glaube, so um die 40 Grad. Problem ist, in so einer Moschee muss man mit langen Klamotten rumlaufen. Das ist einfach dort Gang und Gebe und sollte man auch immer respektieren. Ansonsten kommt man da auch, glaube ich, gar nicht rein. Nur bei 40 Grad ist es natürlich sehr, sehr warm. So, wir werden als erstes mal hier in die Objektivkorrekturen reingehen. Ich werde die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen im ersten Schritt. Im zweiten Schritt gehe ich jetzt hier mal in die Transformieren-Palette rein und klicke jetzt hier im Upright-Modus einfach mal auf Auto und schaue mal, was passiert. Das gefällt mir so schon ganz gut, was hier passiert. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt hier den Bildausschnitt noch so ein bisschen anpassen, damit wir jetzt hier diese weißen Ränder nicht drin haben. Ich drücke jetzt hier mal die Shift-Taste dabei. Dann behalte ich mir nämlich erst mal so die Bildproportionen bei. Und jetzt werde ich mal schauen, dass wir hier diese weißen Ränder so ein bisschen rausbekommen. Im ersten Schritt bestätige ich das Ganze jetzt hier mal. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, hier unten die Säulen anzuschneiden. Genauso hier oben möchte ich auf jeden Fall vermeiden, diesen natürlichen Rahmen hier irgendwie zu beschneiden. Von daher schauen wir jetzt hier einfach mal. Die Linien sind noch nicht hundertprozentig gerade. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt hier mal gucken. Vertikal noch so ein bisschen müssen wir es noch verschieben. Also ungefähr minus sechs, minus sieben. Vielleicht müssen wir das Bild auch noch ein bisschen drehen. Ungefähr so. Und durch dieses vertikale Transformieren, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, haben wir das Bild natürlich auch so ein bisschen verzerrt. Das bedeutet, es ist so ein bisschen nach oben und nach unten gestretched worden. Von daher können wir jetzt hier mit diesem Regler, mit diesem Seitenverhältnisregler, das Ganze wieder so ein bisschen komprimieren, ein bisschen zusammenpressen und ein bisschen in die Breite ziehen quasi. Damit kriegen wir jetzt einfach so ein bisschen diesen Effekt zurück, den wir ursprünglich in dem Bild hatten und das Ganze sieht einfach wieder so ein bisschen realistischer aus. Jetzt ist es so, dass mir hier auf der Seite dieser Bildrand hier nicht so sehr gefällt, auf der linken Seite. Deswegen werde ich jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen was wegnehmen in dem Bildausschnitt. Vielleicht hier noch mal ein bisschen was oben wegnehmen. Und ich achte jetzt auch darauf, dass wir hier diesen Turm, der jetzt hier durch diesen natürlichen Rahmen genau in der Mitte ist, der bleibt auch genau in der Mitte. Das ist mir schon ganz wichtig. Und ich denke mal, dass wir es so fast lassen können. Kleines bisschen noch. Wenn ich das Ganze jetzt hier bestätige. Ja, so gefällt es mir schon echt ganz gut. Vielleicht das Seitenverhältnis noch ein kleines bisschen. So auf minus 70 ungefähr. Doch, so gefällt mir das echt gut. Was mir jetzt noch auffällt, hier diese beiden Dinger hier unten, die gefallen mir überhaupt nicht. Die werden wir auf jeden Fall am Ende auch noch wegmachen. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür Photoshop nutzen muss oder ob das direkt in Lightroom funktioniert. So, jetzt gehen wir als nächstes mal in die Grundeinstellungspalette rein. Und ich werde mich als erstes mal um die Belichtung hier so ein bisschen kümmern. So ein bisschen heller will ich es machen. Also plus 0,3 in der Belichtung. Die Lichter muss ich auf jeden Fall ein bisschen runterziehen, weil wir hier sehr harsches Sonnenlicht hatten, was direkt auf das Gebäude scheint. Und das muss ich hier einfach so ein bisschen recovern. Die Tiefen, denke ich mal, muss ich hier gar nicht großartig aufhellen. So ein kleines bisschen vielleicht, so plus 30. Und dann werde ich hier die Schwarzwerte so ein kleines bisschen ins Negative ziehen. Und die Weißwerte auch so ein bisschen ins Positive. Ja, gefällt mir echt gut. Also ich möchte das ganze Bild sehr, sehr hell halten. Die ganze Moschee ist halt nur weiß und gold. Ja, das sieht also schon sehr, sehr beeindruckend aus. Ist sehr hell gehalten. Sieht sehr, sehr modern aus. Na, was heißt modern? Aber es hat auf jeden Fall so einen modernen Touch, weil es halt so hell ist. Und dadurch, dass die Sonne da auch geschienen hat, es war helligster Tag, wäre es jetzt einfach falsch, das Bild dunkel zu halten. Sondern das muss schon relativ hell sein. Deswegen werde ich jetzt hier auch hier unten den Fußboden noch so ein bisschen aufhellen. Ich werde jetzt hier einfach mal so einen Verlaufsfilter reinziehen. Und die Belichtung hier so ein bisschen nach oben ziehen. Ich denke mal hier so plus 0,6 ungefähr. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Und dann haben wir hier so ein bisschen mehr Belichtung noch unten im Bild drin. Gefällt mir echt gut. Dadurch haben wir hier so ein bisschen die Belichtung angeglichen. Hier oben, denke ich mal, passt es so einigermaßen. Wobei wir vielleicht auch noch so ein kleines bisschen hier oben reinziehen können. Da ist es jetzt nur wichtig, dass wir den Himmel davon ausschließen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal die Bereichsmaske nehmen. Und mal schauen, ob das mit Luminanz funktioniert. Da bin ich jetzt mal selber sehr gespannt drauf. Wenn ich jetzt hier mal die hellen Bildbereiche rausnehme. Ja, doch. Funktioniert sehr, sehr gut. Weil jetzt nämlich der Himmel hier heller ist als die Mauer hier davor. Und dann haben wir jetzt tatsächlich nur die Mauer aufgehellt. Und der Himmel bleibt davon unbeachtet. Sehr schön. Doch, so gefällt es mir echt gut. Wir machen jetzt hier mal kurz vorher, nachher. Wir sind jetzt von hier zu hier gekommen. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Und dann können wir hier weitermachen. Ein bisschen Kontrast gebe ich insgesamt dazu. Wobei ich jetzt gleich noch den Kontrast anders noch aufbauen werde. So ein bisschen Klarheit nehme ich raus. Das ist eher für mich so ein Bild, wo man ein bisschen ins Negative geht mit der Klarheit. Und ansonsten Dynamik und Sättigung gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. So. Was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Ich möchte auf jeden Fall hier den Kontrast noch weiter aufbauen im Bild. Allerdings nur in den Mitteltönen. Ich habe dazu schon mal ein komplettes Video gemacht in Lightroom. Wie ich Kontrast in den Mitteltönen aufbaue. Das werde ich dir jetzt hier oben auch nochmal verlinken. Kannst du mal draufklicken, falls du es noch nicht gesehen hast. Ansonsten kennst du das Ganze ja schon. Ich werde jetzt hier einfach mal einen Verlauf nehmen. Und einen Verlauf hier ganz unten ansetzen. Und noch weiter nach unten ziehen. Was nämlich bedeutet, dass wir jetzt hier das gesamte Bild mit 100% angewählt haben. Ist so ein kleiner Trick, den man machen kann. Also wenn wir jetzt hier die Bereichsmaske gleich mal aktivieren und hier Luminanz machen. Dann kann ich jetzt hier meine Luminanzmaske mir anzeigen lassen. Und das ganze Bild ist einfach komplett rot. Weil wir einfach das ganze Bild komplett angewählt haben. Und jetzt kann ich hier meinen Bereich einstellen. Luminanzmaske bedeutet, dass ich jetzt hier Helligkeitsbereiche einstellen kann. Ich möchte nicht die ganz dunklen Helligkeitsbereiche und nicht die ganz hellen Helligkeitsbereiche mit drin haben. Sondern ich möchte wirklich nur die Mitteltöne drin haben, wo ich Kontrast aufbaue. Das bedeutet, dass ich jetzt hier mein Histogramm nicht völlig zerstöre. Denn wenn ich jetzt hier meine Schwarzwerte und meine Weißwerte jeweils mit Kontrast versehen würde, dann würde ich die noch weiter auseinanderziehen. Und dann würde das Histogramm rechts und links jeweils komplett anstoßen. Das möchte ich nicht. Sondern ich möchte tatsächlich wirklich nur diese Luminanzwerte in den Mitteltönen haben. Also werde ich jetzt hier mal den Bereich von unten ein bisschen aufziehen. Ich werde jetzt hier also die dunklen Bildbereiche ausschließen und auch die hellen Bildbereiche hier ausschließen. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich nur noch einen Bereich von 25 bis 75. Und jetzt siehst du auch, welche Bildbereiche ich jetzt hier mit diesem Kontrast in den Mitteltönen dann tatsächlich nur noch anspreche. Wenn ich jetzt hier die Luminanzmaske-Anzeigen mal rausnehme, dann kann ich jetzt hier so ein bisschen Belichtung vielleicht sogar noch reinnehmen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann aber auch hier den Kontrast. Und den kann ich hier richtig schön reinhauen. So mit 75 ein bisschen Belichtung noch mit dazu. Vielleicht wirklich hier mal so, nicht zu viel Belichtung, aber so 0,7 kann ich hier in der Belichtung noch mal mit dazugeben. Und wenn ich jetzt hier mal ein Vorher-Nachher mache. Vorher-Nachher. Ja, da gewinnt das Bild auf jeden Fall noch mal richtig an Qualität, würde ich sagen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Kontrast in den Mitteltönen aufgebaut. Dann werde ich als nächstes mir hier mal noch eine Pinselspitze nehmen und auch noch mal hier mit Belichtung so ein bisschen malen. Automatisch maskieren ist ganz wichtig, dass ich hier anwähle. Und ich möchte jetzt hier noch mal diese goldenen Teile, diese einfach, ich weiß gar nicht, also diese Verzierung, einfach diese goldenen Verzierung, die möchte ich noch mal so ein bisschen betonen. Deswegen kriegen die jetzt hier einfach noch mal so ein bisschen mehr Belichtung. Vielleicht auch die ganzen Säulen hier noch so ein bisschen. Ist jetzt hier natürlich ein bisschen stark. Muss ich gleich von der Belichtung noch mal so ein bisschen zurücknehmen. Aber so grundsätzlich gefällt mir das echt gut, wenn wir das Ganze hier von der Helligkeit einfach noch mal so ein bisschen mehr betonen. So, jetzt die Belichtung hier so ein bisschen zurückstellen. Ich denke mal so, plus 0,3 reicht schon vollkommen aus. Auch hier wieder ohne diese Pinselspitze, mit der Pinselspitze. Ist einfach so, dass das ganze Bild dadurch noch mal ein bisschen was gewinnt. So, jetzt haben wir uns viel um die Helligkeit gekümmert. Jetzt können wir uns noch so ein bisschen um die Farben kümmern. Ich werde als nächstes mal in die Kalibrierung reingehen. Und ich glaube, dass ich jetzt hier die Tonung der Schatten noch mal so ein bisschen einstelle. Man kann die entweder hier schön ins Magenta ziehen oder auch schön ins Grün. Ich glaube, dass ich hier so einen leichten Touch Magenta gerne hätte. Hier so ungefähr plus 5, plus 6. Also plus 6 ungefähr. Gefällt mir gut. Und dann werde ich jetzt hier die Primärwerte Blau noch so ein bisschen verstellen. Wenn ich jetzt hier mal komplett rüberziehe, siehst du, was passiert. Sieht ein bisschen komisch aus. Das ist der typische Orange-and-Tier-Look, den man damit erzeugen kann. Aber wenn ich jetzt hier den Farbton einfach mal so auf minus 20 ungefähr stelle, dann gefällt mir das echt gut von den Himmelswerten hier. Also ich muss an den Farben von dem Himmel hier noch ein bisschen was machen. Aber so grundsätzlich gefällt mir das deutlich besser. Und ich kann hier auch noch Sättigung reinhauen. Und damit das Bild auch noch mal so ein bisschen knackiger machen. Allerdings auch nicht zu stark. Ich denke mal hier so eine Sättigung von plus 40 ungefähr. Das ist fast ein bisschen viel. Machen wir plus 30. Das sieht gut aus. So. Was mir jetzt hier noch nicht so gut gefällt, ist, dass wir jetzt hier diese Goldtöne so ein bisschen Richtung Rot verschoben haben. Durch diese Primärwerte Blau. Das kann ich jetzt hier aber wieder anpassen in der HSL-Tabelle. Und jetzt kann ich hier den Farbton von den Orangenschwerten einfach mal wieder so ein bisschen Richtung Gelb ziehen. Und dann siehst du auch, dass das Ganze wieder zurückgeht. Sieht sehr gut aus, wie ich finde. Ich würde jetzt insgesamt die Luminanz hier von den Orangstönen noch so ein bisschen hochziehen. Dass wir das Ganze hier noch ein bisschen mehr betonen. Vielleicht auch noch so ein bisschen hier die Gelbwerte. Und vielleicht auch die Blauwerte. Dass wir den Himmel hier noch so ein bisschen heller bekommen. Und ich muss auch sagen, die Sättigung von dem Himmel ist ein bisschen zu stark. Deswegen nehme ich die noch mal so ein bisschen zurück. So. Und den Farbton von dem Blau vielleicht auch noch so ein ganz kleines bisschen Richtung Aquamarin. So minus 10 ungefähr. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sehr schön. Ich mache jetzt hier mal wieder einen Vor-Nachher-Vergleich. Da sind wir hergekommen. Das ist jetzt das aktuelle Bild. Ja, gefällt mir deutlich besser. Der Himmel gefällt mir immer noch nicht so sehr. Vielleicht hier noch so ein bisschen mehr Luminanz rein. Das ist mir zu sehr blau. Ein bisschen Sättigung hier noch raus. Es muss ein bisschen dezenter sein. So ist es deutlich besser. So, jetzt möchte ich noch kurz in die Teiltonung gehen. Und vielleicht noch so ein bisschen mehr Orange oder Gelb. in die Lichter bekommen. Mit gedrückter Alt- oder Optionstaste werde ich jetzt hier mal die Lichter in den Farbton so ein bisschen verschieben. Das Schöne daran ist, dass ich dann temporär eine Sättigung von 100 angezeigt bekomme. Und jetzt kann ich hier genau beurteilen, welchen Farbton ich hier auswählen möchte. Und ungefähr so ein Farbton hier, das gefällt mir ganz gut. Wenn ich jetzt hier wieder loslasse, passiert erstmal gar nichts, weil die Sättigung noch auf 0 steht. Jetzt kann ich hier die Sättigung reindrehen. Und ich denke mal, dass ich hier so eine Sättigung von ungefähr so 11 sieht gut aus. Und vielleicht mache ich das Ganze in den Schatten hier auch nochmal. Nur, dass ich da so ein bisschen in so einen Blauton reingehe. Und jetzt hier auch die Sättigung wieder so ein bisschen rein. Ja, so ungefähr 8. Jetzt kann ich hier auch nochmal ein Vorher-Nachher machen. Ja, das ist auch ganz schön, dass wir jetzt hier so ein bisschen Sättigung noch in die weißen Gebäude hier bekommen. Dadurch sieht es so ein bisschen aus, als würde die Sonne schon schön tief stehen und so einen schönen warmen Glow einfach auf das Gebäude werfen. Das gefällt mir echt gut. Sehr schön. So, dann muss ich auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Das heißt, hier mein Standardbetrag von 80 ungefähr. Dann die Optionstaste drücken, mitmaskieren, das Ganze wieder rausnehmen, so dass wir das Ganze hier tatsächlich nur an den Rändern drin haben. Und dann muss ich eigentlich nur noch hier diese beiden Dinger hier rausstempeln. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob ich das direkt in Lightroom machen kann oder ob ich Photoshop dafür öffnen muss. Einfach jetzt hier mal den Reparaturpinsel nehmen. Entsprechend die Größe hier so ein bisschen anpassen. Und dann male ich jetzt hier einfach mal einmal drüber. Und dann schaue ich mal, was passiert. Ob Lightroom das hinbekommt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Naja, noch nicht so hundertprozentig. Ich nehme es nochmal weg. Male nochmal drüber. Ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr mitnehmen. Ein bisschen mehr drüber malen. So, dann schauen wir mal, was passiert. Hermann sieht immer noch so einen leichten Schatten davon. Vielleicht machen wir das Gleiche nochmal. Also, machen wir erstmal hier noch den. Schauen wir mal, was hier passiert. Und hier haben wir auch so einen leichten Schatten drin. Also, so hundertprozentig kriege ich es nicht weg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum jetzt gerade. Ja, schauen wir mal. Ups, jetzt ist der Schatten weg. Okay. Das scheint hier tatsächlich gerade ein Anzeigefehler in Lightroom zu sein. Wenn ich jetzt hier nämlich aus dem Bild wieder rauszoome, dann sind diese Schatten tatsächlich auch wirklich weg. Also, jetzt funktioniert es komisch. Kleiner Anzeigefehler in Lightroom hier tatsächlich. Seht ihr das? Wenn ich wieder reinzoome, dann kommen diese Schatten auf einmal wieder. Und wenn ich jetzt rauszoome, dann sind die wieder weg. Kleiner Bug, den wir hier gefunden haben. Offensichtlich. Aber es hat funktioniert. Also, das ist ja das Wichtigste, was zählt. Es hat funktioniert. Wir müssen tatsächlich nicht in Photoshop nochmal reingehen. Und wir haben jetzt hier tatsächlich ein richtig schönes Endergebnis, wie ich finde. Also, so sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich sehe jetzt hier gerade hier oben, haben wir noch so einen kleinen Sensorfleck drin. Den nehme ich mal auch noch raus. Hier ist er drin. Den nehme ich mal noch raus. Zack. Und dann haben wir jetzt hier ein schönes fertiges Bild, was man so direkt posten kann. Was drei Jahre alt ist. Was ich tatsächlich liegen gelassen habe. Und jetzt im Nachhinein schön noch verwerten kann. Dieses Video sollte jetzt einfach mal eine kleine Inspiration für dich sein, nochmal in deinen Lightroom-Katalog zu gucken, was du so für Schätze noch von früher hast. Mich würde es echt freuen, wenn du vielleicht selber so ein paar Bilder jetzt bearbeitest nochmal von früher. Und wenn du die auf Instagram postest, dann kannst du mich gerne drauf verlinken. Mach vielleicht einfach noch eine kurze Anmerkung in der Beschreibung, dass du dich von diesem Video hast inspirieren lassen. Und verlinke mich, wie gesagt, drauf. Dann sehe ich diese Bilder auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was ihr so für Schätze von früher noch findet und bearbeitet. Ich heiße auf Instagram stefanschäfer90. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Dann könnt ihr mich auch verlinken, wie gesagt. Und ich freue mich einfach, wenn dieses Video euch so ein bisschen geholfen hat. Ansonsten, wenn du Bildbearbeitung lernen möchtest, Lightroom oder auch Photoshop, dann schau einfach mal auf meinem Online-Store vorbei. www.stephanschäfer-store.de Dort findest du Videotrainings sowohl zum Thema Lightroom für Anfänger und für Fortgeschrittene als auch zu Photoshop. Und da kannst du dich einfach auch nochmal weiter fortbilden. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen oder auch Anregungen hast, kannst du natürlich jederzeit unten das Ganze in die Kommentare schreiben. Vielleicht hast du auch Vorschläge für weitere Videos. Auch einfach unten in die Kommentare damit. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne diesen Kanal auch abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Du kannst auch meinen Newsletter abonnieren. Da gibt es nochmal zusätzliche Infos und manchmal auch so ein kleines Giveaway. Und du kannst mich natürlich auch auf Instagram abonnieren. Ich glaube, jetzt habe ich alles soweit, was man... Achso, du kannst auch noch meinen Online-Store besuchen. Aber ich denke mal, du weißt, was gemeint ist. Also, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Mach's gut. Ciao.